Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Rad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von circa 54 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.